hallo meine lieben zuschauer ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus südschweden aus der mitte von mir aus meinem kleinen bed and breakfast und wie ihr seht ich habe fast keinen platz ich habe eines der setzte das ich unbedingt haben musste weil ich bin ein großer castle fan ich habe die alten ritterburgen von früher hatte ich als kind die habe ich immer noch hier stehen in meiner vitrine die sehen noch fast aus wie damals fast neu und ja also ich brauchte die 10 305 das jubiläumsset zum 90 jahr lego jubiläum die große lion nights castle und es ist einfach nur toll diese zu haben es war super diese zu bauen und ja ich zeige euch hier mal die box viel näher kann ich glaube ich gar nicht dran weil ja so die ist halt riesig diese box das setzt ja selber auch dass ihr die vorderseite muss da schnell mal die burg ein bisschen zur seite schieben sonst habe ich hier gar keinen platz und ich soll ja schließlich auch noch ein bisschen platz haben das hier dann die rückseite hier sieht man die und dann habe ich hier wieder was abgeräumt das ist wenn man mit so einer großen box kommt hier das ist nicht immer ganz so einfach hier sieht man die figuren und da sind jede menge figuren mit dabei da habe ich 24 stück oder so auf jeden fall viele und ja es ist ein traum das zu bauen also aus meiner sicht klar ich bin vielleicht ein bisschen vorrang ich bin da jetzt nicht neutral ich habe das als kind erlebt mit den alten burgen und jetzt mit den noch mit dieser neuen burg die ist fantastisch also ich kann da jetzt auch nicht sagen dass ich sage das euch zum schluss sondern da hat wirklich jeder bauabschnitt hat spaß gemacht und ja es war einfach ein traum das zu bauen und ja ich zeige euch jetzt gleich mehr davon und die schachtel ich habe jetzt mal hier weg weil ich brauche ein bisschen platz ich habe dann hier noch die bauanleitungen da bekommt man zwei so bücher geht eigentlich noch von der dicke her und im buch 1 sind dann halt so alte sachen abgebildet und ich hatte die zwei burgen hier als kind die zwei obersten die gelbe hatte ich leider nicht und die anderen dann auch nicht mehr aber die zwei hier oben das war meine zwei burgen und ja was soll ich sagen hier geht es genau um diese löwenritter und um diese black falcons und die sind hier mit dabei also das war für mich dann halt so ich brauchte das weil das waren kinderheitserinnerungen und ich hatte sehr viel spaß damit hier geht es dann weiter wird ein bisschen über die geschichte von castell geschrieben und auch ein paar bilder dann hat man eben das wappen noch ein bisschen abgeändert was hier beschrieben wird und dann fängt man auch schon an hier in diesem buch braucht man dann von tüte 1 bis 13 das sind dann schluss hat man dann ein teil der burg und das hier ist dann der zweite bauabschnitt und hier braucht man dann den anderen teil der burg und eben was auch cool fand hier in der anleitung gab es immer wieder mal so in so einer fahne hier gab es dann so anmerkungen hier jetzt dass eben da der typ da zu lange wohl schon im gefängnis war und deshalb ist brenzgerät das gab es öfters mal so anmerkungen eben hier auch und das zieht sich eigentlich durch das ganze buch durch auch beim buch 1 schon und was auch lustig ist dass zum teil eben auch anmerkungen auf andere ritter fraktionen gemacht wurden so dass man meinen könnte ja vielleicht kommen werden die auch noch neu gemacht also hier wurde mal irgendwo was von dem wolfpack gesagt dass man dann gegen das wolfpack gerüstet wird wer weiß ob das wolfpack zurückkommt und dann gab es noch mal so eine anmerkung auch über eine andere fraktion und das finde ich dann halt schon cool wenn das hier so drin beschrieben wird und eben es baut sich eigentlich ganz flüssig ja also es ist echt ein traum zum bauen man hat doch einige teile pro bauabschnitt dann zum bauen und es ist hier auch keine farbseuche oder so verbaut also es ist eigentlich wirklich alles in den farben die man sieht also in grau dunkelgrau grün halt für die landschaft und halt schwarz weiß und es ist hier nicht kein müll verbaut in dem sinn also keine rosa roten teile oder so wo sie nicht hingehören ich glaube es zumindest kann sein dass am anfang irgendwie sowas verbaut wurde aber ich glaube nicht mal da auch da wurde mit grün das eben wie ihr seht da wurde auch am anfang schon der untergrund wurde mit grün gebaut und ja also es hat super viel spaß gemacht das hier sind die ersatzteile das ist doch eine ganze menge aber ist ja auch ein riesen set das set hat viereinhalb tausend teile plus äh der preis ist bei 400 euro ich habe das so gekauft dass ich halt noch ein gbp dazu bekomme und habe noch ein paar vip punkte dazu gegeben die hat man natürlich auch noch gesammelt und klar es ist relativ teuer aber ich muss sagen auch wenn der preis vielleicht er kann immer günstiger sein natürlich aber ich fand es jetzt nicht überteuert sondern für das was man kriegt und hier kriegt so viele details hier drin so viele verstecke ihr werdet das alles noch sehen und von dem her muss ich sagen doch das rechtfertigt den preis irgendwo durch schon und ja fangen wir mal an mit den tieren und den figuren und dann komme ich später zum schloss also wir haben hier zum beispiel mal eine kuh die gibt es auch im in diesem bauernhof set das ist schon mal ein highlight im prinzip so eine kuh zu haben stellen wir mal hier drüben hin dann haben wir irgendwo ist noch ein lämmchen dann haben wir die tiere mal fast schon durch also wir haben ein lämmchen und noch einen vogel hier das lämmchen gibt es auch schon im bauernhof aber so ein lahm kann man immer brauchen und der vogel gibt es auch schon in etlichen sätzen also da gibt es auch nichts neues hier und ja dann fangen wir mal an mit den figuren ich glaube ich zeige euch da ja ich zeige euch auch immer zwei zusammen und ja das sind standardfiguren eben ein waldläufer also ein forest man und halt jemand ein junge wahrscheinlich der sohn der königin und ja also die torsos eben die gibt es schon in anderen sätzen das gibt es ja schon in diesem neue auflegung des des waldverstecks und den torso gibt es schon im da gab es in der minifigur bei den barten also das sind jetzt nicht neu erfundene sachen oder neu gemachte sachen extra für diese also vielleicht schon für diese set aber die wurden schon in anderen sets dann äh gebraucht dann haben wir hier zwei black falcons und der eine hier ist ganz in ja den zeige ich euch ja separat der hat so viel gepäck der hat eben dann eine fahne also eine flagge und ganz normale ritter das sind die gleichen die es schon in der mittelalterlichen schmiede gab oder bei diesem schloss hier haben sie jetzt schwarze helme und dann gibt es den hier der ist zugepackt und erinnert dann an monty python die ritter der kokosnuss da gab es auch so einen ritter der auch so alles schleppen musste so wie ich mich erinnern mag und ja das ist doch schon recht cool ich zeige euch jetzt auch nicht alle gesichtsausdrücke sondern ja das würde sonst zu lange gehen müssen da relativ also eben müssen da mit diesen figuren schon mal durchgehen so wie es halt geht dann haben wir hier rechts also näher von eurer seite aus links gesehen den bäcker und ein waldläufer mädchen zum kind und der bäcker oder koch oder was auch immer das halt dann ist der hat übrigens die gleichen kleider also die gleichen torso und füße beine wie der schmiede der mittelalterlichen schmiede von der ideas-reihe dann haben wir hier noch so einen heuwagen der ist auch cool gebaut das ist einfach so mit fähnchen hier die man hier dann so hoch geklappt hat und dann die räder dran den kann man bei der kuh oder auch beim pferd mit dran machen schauen wo ich da noch mehr figuren habe hier drüben dann haben wir hier noch einen zauber und einen bauer und hier muss ich sagen beim zauber da haben sie ja da haben sie sich gar keine mühe gegeben da gäbe es so schöne zauber gab es auch eine pick a brick wall also das ist ein pick a minifigur wall in lego store gab es super schöne zauberteile habe ich mir auch einen zusammengesetzt und der hier hat einfach nichts also es ist einfach blau und das ist ein bisschen auch die andere figur ist toll schöner neuer farbe für diesen äh bauern mit einem missgabel ja aber der zauberer hier der ist schon ja da hätte man sich mehr mühe geben können dann haben wir hier nochmal jemand von den forest mans und die zufe der königin zwei schöne minifiguren zwei schöne minifiguren hier hätte man eben auch bei der sofa was auf dem rock ritten können hat man leider nicht gemacht ja aber eben man hat hier schon eine große anzahl an minifiguren wie ihr da seht und ich habe noch praktisch keinen ritter nachgenommen ich nehme jetzt mal noch den anderen black äh wie heißen die äh ja black falcons das ist dann der anführer der black falcons er hat auch ein schönes schwarzes schwert ein schild und er hat die gleiche print also body wie die anderen aber eine coole minifigur und dann haben wir hier das pferd mit dem überwurf sowas finde ich immer cool mach das auch hier drauf dann geht das noch ein bisschen besser so ja und das sieht dann halt schon schön aus wenn ein pferd also eine decke drüber hat das finde ich immer schön dann haben wir hier noch das andere pferd der lion knights hier die decke auch sehr schön bisschen farbiger noch mit dem pferd und dann haben wir noch jede menge lion knights ich fange mal an mit der königin die hat ein spezielles schild und auch einen schönen umhang und halt die haare mit der krone und sie ist die einzige die auch so weiße hosen hat dann hier der umhang das ist schon sehr schön und sie hat auch einen anderen helm also sie müsste nicht unbedingt diese krone aufhaben sie hat dann auch noch ein zweites gesicht das zeige ich euch später die zeige ich euch ein bisschen genauer sie hat dann auch diesen helm hier wenn sie dann den kampf zieht und der schild ist halt auch speziell der ist schon recht schön der ist anders als die anderen und ja ich nehme jetzt hier aber mal die sachen weg also die rüstung und den umhang nehme ich mal weg weil sie hat auch einen anderen print als die normalen ich stelle dazu jetzt einfach mal einen der normalen soldaten und ich weiss nicht welchen kopf ich hier schon gezeigt habe und das sind dann schon zwei verschiedene body prints von der seite aber auch von der rückseite sieht das dann schon ein bisschen anders aus also bei der königin ist dann schon alles noch ein bisschen pompöser als bei den normalen soldaten das soll ja aber auch so sein weil der könig oder die königin ist ja auch ein bisschen spezieller und darf da gerne ein bisschen pompösere sachen anhaben als die normalen soldaten ich mache jetzt hier die sachen wieder dran nicht dass sie verloren gehen und ich finde es aber mit allenfalls besser dann erkennt man das auch sehr gut den habe ich euch schon gezeigt dann haben wir hier natürlich noch weitere ritter mit lustigen ausdrücken gesichtsausdrücken aber die haben glaube ich alle den gleichen körper aber andere bewaffnungen ja die hat noch ein fernglas in der hand oder so eine trompete ich weiss nicht was das wirklich sein soll jetzt holen wir noch weitere ritter jetzt hat hier jede menge dabei hier sind nochmals zwei und ich finde es eben es kann nie zu wenig ritter haben also die sind ja auch alle bewaffnet oder man kann da es hat da zwei drei waffen kammern wo man die waffen wegnehmen kann hier ist noch einer ja es sind noch einige jetzt beim einen habe ich die haare weggenommen ja der eine hier hätte haare gemäss anleitung der hat aber schon einen helm bekommen aber ich weiß nicht mehr welcher spielt aber auch keine rolle die haare liegen jetzt da wo der helm war aber eben das sind super schöne minifiguren und eben so eine große burg braucht ja auch ein bisschen bevölkerung und ein bisschen richter die die burg verteidigen hier ist noch einer und das war es dann glaube ich vielleicht kommt noch irgendwo einer raus ich weiss nicht es sind so viele hier nochmal einer ja was ich allerdings bewängern muss bei diesen rittern sind sehr viele frauen dabei und das gab es früher nicht nee dass da vielleicht mal eine dabei ist das finde ich okay aber hier sind irgendwie von diesen 10 lions rittern sind irgendwie 5 frauen oder so und das ist nicht realistisch also ja das finde ich ein bisschen schade da hätte man Männerköpfe nehmen können weil auch wenn da ab und zu mal eine frau mitgekämpft hat es war nie halbe halbe das finde ich blöd dieses ja dann braucht man hier noch so ein Fässchen einen Becher das hier sind noch die Teile die es da für die Pferde braucht wenn man die wegnimmt also die Settel wegnimmt und dann haben wir hier die Burg ich drehe die jetzt mal so im ganzen dass ihr die auch ein bisschen sehen könnt und die ist einfach toll aber sie ist auch schwer also das sind eben 4.500 Teile aber wie sieht aus jedem Winkel sieht sie toll aus und ich zeig sie euch dann gleich noch ein bisschen näher ja jetzt seht ihr schon die geht dann auseinander in der Mitte wenn man da nicht richtig dreht und ja das mache ich jetzt auch mal ich nehme das mal auseinander und zeige euch nee ich lasse es noch beisammen und zeige euch mal die eine Funktion die wir hier noch haben nämlich man kann diese Burg aufklappen jetzt schauen dass das hier eingehängt ist und kann dann diese Burg aufklappen hier ebenfalls und hat dann schon eine riesen Festung so sieht dann das von vorne aus ich hoffe ihr seht das auch alle es ist halt riesig wie gesagt ich kann ich drehe es mal um jetzt das geht auch irgendwie und seht dann von hinten ist da alles auch eingerichtet ach hier steht noch einer hier wäre dann noch ein Männchen das wird nochmal einer ich stelle den jetzt mal hier rauf und es hat auch eben sehr viele Details die funktionieren mit Funktionen und es ist ein Traum und man kann die Burg dann eben hier in der Mitte auseinander nehmen hat dann zwei Teile die man eben hier so auch zusammen baut man auch so also man baut den Teil und den Teil separat und da so ist es schon ein bisschen handlicher und wenn man das eben auseinander nimmt dann sieht man hier im Untergeschoss ich kann es jetzt mal ein bisschen näher hat es auch noch so eine Höhle und da wohnen da hat es dann ein Versteck ist ein Versteck der Forest Man da ist auch irgendwo glaube ich ein Schild ne da ist kein Schild drin der ist im anderen Versteck das ich euch auch noch zeige es hat zwei Verstecke aber da ist halt dann ein bisschen Waffen und so ich kann das aber nicht allzu lange so halten also jetzt fällt auch was ab es ist auch nicht so gedacht dass man das so herumtragen sollte die ganze Zeit aber was ich cool finde ist zum Beispiel schaut mal hier drauf wenn ich das so auseinander nehme wie sich das auch umklappt mit der ganzen Mauer und die dann verschwindet und jetzt habe ich hier wieder was umgestoßen ja und ja es hat hier so viele Details so viele Sachen und ja ich hoffe ihr seht das auch alles es ist ein bisschen schwierig euch zu präsentieren aber aber ja hier habt ihr zum Beispiel das Mühllrad und hier unten hat es einen Mühlstein und wenn ich hier das Mühlrad drehe dann sollte sich hier auch der Mühlstein drehen hoffe ihr seht ich kann es nicht hoch halten weil dann fehlt mir eine Hand also ich kann es ein bisschen so machen aber ja und hier dann das ich hoffe ihr seht so besser aber dann ja dann wollen wir hier alle Platten legen ja es ist nicht gedacht so so herumtragen wie schon gesagt ja jetzt haben wir hier einige Platten die grünen Platten sollte sowas nicht machen was ich jetzt gemacht habe so und dann hat es hier halt die Zimmer die eingerichtet sind hier und auch Durchgänge hier eben ein schönes Klavier und so weiter oder eben hier hat es dann so diesen Marktstand und den kann man auch hoch machen so kommt man hier runter zu dieser Höhle und hier ist zum Beispiel eben dann in diesem Zimmer ist da diese alte Ritterburg als Lego Teil aufgebaut und hier eben nochmal wie das funktioniert mit diesem das ist genial gemacht ihr seht das wie das dann hier rüber geht also es hat hier schon sehr coole Bautechniken eben hier ist dann das Zimmer der Königin und hier unten noch der Thronsaal hier hat es auch schöne Schilder dran ich hoffe ihr könnt das alles sehen ich kann die Burg leider nicht besser hoch halten das funktioniert nicht das ist zu schwer zu und nicht dafür gedacht und eben hier unten ist halt dann die Bäckerei oder die Küche mit allen möglichen Sachen drin und alles es ist eben alles so kletterreich hier eben da kommt man auch gar nicht wirklich gut hin aber hier hat es zum Beispiel hier drin hat es auch dann noch einen Brunnen und es ist so toll oder auch hier hat es ein Vogelnest drin wo man hier ein Loch hat irgendwo in der Wand wo der Vogel rein kann und ja was auch neu ist zum Beispiel sind diese Tannen hier in dieser Farbe die gab es bisher nicht in diesem Dunkelgrün das ist was Neues ja das wäre mal der eine Teil und hier der andere Teil was man hier abnehmen kann ist dieser Steg der ist einfach gebaut nehme ich jetzt mal ab dann kann ich es euch ein bisschen besser präsentieren hier unten hat es dann eine Höhle zum Beispiel wo man da eben hier rein kommt also wo man aus dem Gefängnis abhauen kann und dann kommt man da in diese Höhle wo die Forestmen ihre Waffen haben hier zum Beispiel einen Baum auch mit mit Honig mit einem Bienenstock und hier gibt es dann auch so ein also man den Felsen hier so zur Seite machen kann und hier drin ist dann das Versteck der Forestmen ich hoffe ihr könnt das sehen wenn ich das ein bisschen hoch halte aber ja hoffe ihr seht das und hier kann man dann noch was machen nämlich hier auf und das ist dann der Ausgang zum Gefängnis also vom Gefängnis kann man da abhauen ich mache das jetzt wieder zu das sind ja Geheimgänge soll ja nicht jeder wissen und eben man kann diese Burg hier auch hier aufklappen natürlich auf der richtigen Seite sonst funktioniert es nicht und eben auch hier hat es sehr viele Details Waffenkammer mit allen möglichen Waffen und ja was hat es hier noch ja hier hat es das Eingangstor unten die Zellen dann hier eben die Waffenkammer unten noch eine Schatzkammer und hier oben in dem Turm da ist das Klo und hier unten hat es einen braunen Frosch und da wird auch gesagt ob der Frosch wohl immer braun war oder ob er einfach da war als jemand auf dem Klo war was auch sehr schön ist ist hier dieser Nebenein-Ausgang den zeige ich euch mal noch ein bisschen genauer eben hier sieht man diesen Ausgang und hier hat es dann auch so ein Tor das man runter lassen kann oder hoch lassen das kann man hier mit diesem Dings machen mit diesem runden Teil hoch und runter und dann ist da zu und niemand kommt in diesen Seiteneingang rein oder raus ja hier seht ihr natürlich das Tor das kann man hoch und runter lassen dafür hat es hier dann so ein Dings jetzt ist hier auf und was es auch noch hat ist ein Fallgitter das kann ich hier runter lassen kann das hier oben auch wieder hoch holen das hängt dann hier ein und ich kann das wieder fallen lassen hoffe ihr seht das also es ist auch ein cooler Mechanismus und auch das Tor hier es hat auch einen sehr coolen Mechanismus dass man das so auf und zu machen kann und eben hier würde dann ja das stehen und dann fällt das Tor genau hier drauf das sind so die Funktionen und es hat hier tausende Details drin überall hängen auch Waffen und Fackern und hier ist der Pferdestall hier käme das Pferd hin hier hat es auch innerhalb eine Leiter hoch wo man dann hier in diesen Stock kommt und ja oder eben auch so Verzierungen hier wie die Blumen so gewachsen es ist einfach ein tolles Set holt es euch wenn ihr es nicht habt ihr seid Castle Fan holt es es ist das beste Set das ich je gebaut habe von den Castles und eines der besten Sets überhaupt es hat so viele Details es macht auch Spaß es ist nicht langweilig das zu bauen klar man baut hier einige dieser Zinnen hier die auch super schön aussehen aber es hat hier so viele Funktionen drin so viele Details es ist nie langweilig zu bauen man ist immer wieder überrascht was man jetzt wieder baut was man ja was da wieder hervorkommt was da für Details sind es ist toll ja ich kann es nicht anders sagen wenn ihr Castle Fan seid nur ein bisschen holt euch dieses Set was besseres werdet ihr nicht mehr kriegen also ja es ist einfach nur toll oder eben auch diese Funktion mit diesem V-Tor ich jetzt gut hier kommt jetzt nicht mehr mal das das Tor hier aber da kann man hier ja und dann einfach nur hier diesen schwarzen Knopf also diesen schwarzen Dings und dann fällt es runter und sowas ist doch einfach genial also wie gesagt ich bin hell begeistert auch wenn es ein teures Set war es war super es hat Spaß gemacht man hat eine Tonne an Minifiguren ja wie gesagt ich würde es mir wiederholen ich würde es wieder bauen wollen und ich werde mir jetzt wahrscheinlich eine Castle Welt aufbauen ich habe ja jetzt alte Sets ich habe jetzt einige also sehr viele Figuren aus diesem Set habe ich mir noch ein paar zusätzliche Figuren geholt das gebe ich jetzt zum Beispiel in der neuen Minifiguren-Serie die da draußen ist gibt es auch noch so Ritter so einen und da habe ich mir auch ein paar geholt die kann man dann auch zu einer Armee zusammenstellen und ja wie gesagt ich ich kann auch dir gar nicht alle Details zeigen weil sie einfach zu viele sind also und das ihr müsst das selbst erleben ich sage nur so wie holt euch das Set habt Spaß damit genießt es ihr werdet es nicht bereuen auch wenn es ein bisschen teuer ist natürlich aber es verbreitet so viel Spaß es hat ich habe das über ja über zweieinhalb über zwei Wochen oder so habe ich das aufgebaut jeden Tag zwei drei Bauabschnitte mal auch nichts weil ich etwas anderes zu tun hatte aber es hat ich habe mich immer wieder gefreut drauf es hat immer so viel Spaß gemacht ein paar Bauabschnitte zu bauen und ebenso Funktionen wie hier auch mit dem Mühlstein oder hier das Tor eben es ist nicht langweilig und man fragt sich immer was baue ich hier jetzt und auch hier das hier hinten mit diesem Tor es funktioniert aber alles und alles sehr gut und es ist super schön wie gesagt ich kann es euch nur empfehlen ja wie findet ihr dieses Set habt ihr es auch? holt ihr es euch noch? schreibt mir das gerne in die Kommentare würde mich interessieren äh ja und wenn ihr Fragen zum Set habt gerne Fragen äh ja es hat wirklich es ist eines der besten Sets dieses Jahres das bestimmt für mich vor allem auch wegen der nostalgischen wegen dem nostalgischen Faktor weil ich diese Burgen früher hatte ich hatte diese zwei Fraktionen als Ritter als Kind und es macht einfach Spass und ich baue mir jetzt eine Ritterwelt ich hoffe das wird richtig cool äh da kommt auch der neue das Baumversteck der Waldläufer kommt da irgendwie drin vor ob ich die mittelalterliche Schmiede auch mit da rein stelle weiß ich nicht die sieht fast ein bisschen zu groß aus hier für dieses Schloss also wenn der Schmied fast das gleich große Haus hat wie die Königin ihr Schloss das ist dann nicht ganz realistisch aber mal schauen was da noch mit reinkommt und ja ich habe ja auch an der Pick a Brick Wall oder an der Pick Build a Minifigur Wall im Lego Store habe ich mir da paar so noch andere Falkenritter geholt und die werden hier dann auch mit in dieses Diorama eingebaut und ja da freue ich mich schon drauf aber eben mal schauen wo man das Teil anfasst weil sonst ruft man irgendwo was ab und es ist halt eben schwer das ist so aber es ist gigantisch es ist super ich hatte super Spass falls euch das Video gefallen hat falls euch dieses Set gefällt gerne ein Like also einen Daumen nach oben hinterlassen gerne auch ein Abo da lassen damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst das würde mich sehr freuen und ja in dem Sinn ich weiß gar nicht was sagen habt Spaß mit dem mit diesem Schloss wenn ihr das auch habt erfreut euch daran wenn ihr das mal bei jemand anderem seht also die Möglichkeit habt das so anzuschauen oder auch in einem Lego Store wenn es da ausgestellt ist schaut es euch mal genau an und ja ein richtiger Castle Fan wird nicht darauf verzichten können der braucht das das es ist einfach toll so viele auch das Versteck hier ja es gibt so viele Details und das ist das was Lego ausmacht das ist was mein Spaß und der Bauspaß war riesig auch wenn einige vielleicht sagen ja ist das nur eine Burg das sind nur Wände die du hoch siehst nee ist es nicht da sind Details drin da sind Funktionen drin es ist interessant also ihr seht es ich bin begeistert aber ja ich könnte jetzt auch noch 2 Stunden darüber diskutieren wie begeistert ich bin und euch noch weitere Details zeigen aber ich glaube das bringt auch nichts ihr seht es hier vor euch stehen es ist eine tolle Sache und ja genießt es habt Spaß und bis bald weiter